So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt nach links schauen, nach Osten, ist im Anflug bereit der Airbus A400M Atlas, das neueste und modernste Transportflugzeug in Europa. Er wird jetzt drehen, wahrscheinlich um auf der Bahn 07 Richtung Osten zu landen und macht den Auftakt für einen größeren Block der Bundeswehr, angefangen dann mit einer Evakuierungsübung. Sehr gute Performance natürlich, vor allen Dingen hat die vier TP 400 Turbohop-Triebwerke liefern jeweils 11.200 PS, damit erreicht der Airbus A400 fast 45.000 PS und das ermöglicht ihm Flughöhen bis zu 40.000 Fuß, also 12.300 Meter, das sind Höhen, die wir eigentlich nur von Jet-Flugzeugen. Beladung wären 116 Personen oder sechs Geländewagen vom Typ Wolf, zwei Kampfschrauber Typ Tiger, links oder Apache, ein NH-90, eine Panzerhaubitze oder zwei Rauchenbagger. Ja, das macht er. 8400M, von 146 Soldaten über 116.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Eurohaha. Neue, ein was man braucht, wenn man in eine Erkrankung oder eine andere Naturkatastrophe geht. Und man muss Menschen helfen, die aus dem Platz werden müssen. Absolut, und wir sehen wie schnell der A400 zum Stehen gekommen ist. Er wird jetzt wieder ein Stück zurückrollen zum Showcenter, mehr in die Mitte des Zuschauerbereichs und wird dort entladen. Und heute hat der A400 dabei drei Geländewagen vom Typ Wolf, ist also nicht voll beladen und er wird ihn in der Mitte hier auf der Landebahn vor uns entladen und das wird dann der Auftakt zu der Evakuierungsübung sein. Und wenn Sie sich den Frachtraum von 4 x 4 x fast 18 Meter mal anschauen möchten, hier vorne im Bereich der Bundeswehr steht ein A400M. Er ist offen und begehbar. Dort können Sie hineingehen und können sich das Flugzeug auch mal von innen anschauen, meine Damen und Herren. Nutzen Sie diese Belegenheit hier auf der Eta. Ja, und wenn jetzt diese drei Geländefahrzeuge vom Typ Wolf, vom Deutschen her, von der Luftwaffe aufgeladen werden, ist das für mich natürlich auch das Zeichen wieder an das deutsche Heer zu übernehmen. Wir werden Ihnen in den nächsten knapp 17 Minuten im Verbund mit unterstützenden Luftfahrzeugen der Luftwaffe veranschaulichen, was Luftbeweglichkeit im bodennahen Luftraum bedeutet. Um Ihnen das Ganze anschaulich zu machen, werden wir jetzt gemeinsam gedanklich in ein Land außerhalb Europas reisen. Nun sind wir gereist und befinden uns also nun in diesem wunderschönen Land, um zu arbeiten im Rahmen von Entwicklungshilfeprojekten, als Studienprojekten oder um Urlaub zu machen. Rebellen haben einen Startstreich durchgeführt, die Macht an sich gerissen und sofort alle Flughäfen unter ihre Kontrolle gebracht.